Das nächste Türchen unseres Adventskalenders beinhaltet einen kleinen, aber feinen Küchenhelfer. Ich würde sagen, diesen kann nun wirklich jede oder jeder gebrauchen. Gerade zur Weihnachtszeit, wenn so viele Festessen anstehen. Unser Werbepartner Genius stellt folgenden Gewinn zur Verfügung. Freuen Sie sich auf den 12-teiligen Nicer Dicer Quick im praktischen Handformat. Die verschiedenen Messereinsätze können miteinander kombiniert werden. Schneiden Sie dicke Scheiben, dünne Scheiben, Würfel, Stifte und Sechstel. Mit dem Nicer Dicer Quick können Sie direkt in die Pfanne, Schüssel oder den Topf schneiden. Für Schnelligkeit und Flexibilität ohne großen Aufwand und Schmutz in der Küche. Somit ist der Nicer Dicer Quick der perfekte Küchenhelfer für schnelle Weihnachtsmahlzeiten im Handumdrehen. Um diesen Adventspreis zu gewinnen, gehen Sie schnell auf www.anixahd.tv slash Gewinnspiel oder auf unsere Facebook-Seite und senden mir eine PN oder direkt eine Mail an gewinnspiel at anixahd.tv. Anixe drückt die Daumen. Ach noch was, hier kommt ein 15% Rabattcode. Dieser lautet anixatv15 und gilt für den gesamten Genius-Online-Shop unter www.genius.tv. Gültig bis zum 31.01.2023.